Wir spielen Sons of the Forest, meine Lieben. Weiter geht's. Vielleicht sollten wir in dieser Folge erstmal anfangen mit Essen und Trinken, weil ich glaube, ihm geht es sonst nicht so gut. Machen wir das erstmal und heute machen wir den Weg fertig. Jetzt reicht es mir. Ich will den Weg da fertig haben. Mit einer schönen Mauer machen wir das. Essen. Essen wir das bitte. Super. Das bringt irgendwie alles gar nicht. Das ist alles so wenig. Wie viel Hunger hat er denn? Der Wahnsinn. Ja, ess das auch gleich mal. Immer noch nicht voll. Das ist ein Witz. Also das ist ja wirklich ein Witz. Calvin, auf dich ist auch kein Verlass. Deine Arbeit machst du auch nicht. Wir trinken jetzt vergiftetes Wasser. Läuft perfekt hier. Einwandfrei, sag ich euch. Ja. Du wirst überleben, mein Guter. Du wirst überleben. Ja. So, Calvin. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen, dass du jetzt wirklich an die Arbeit gehen solltest. Denn ich brauche Holz nächste Folge. Okay, Kumpel? Ja, mach doch auch mal. Ich weiß nicht, was was ist denn mit dir? Wo ist der Kumpel, der hier jetzt irgendwie Macke schiebt? Ohohohoho. Oh mein Gott, der hat eine Rüstung an, oder was? Stimmt ja bei dem nicht. Du sollst die umbringen, nicht nur verjagen. Die kommen wieder, Blondie. Die kommen wieder. So. Nimm dir mal kurz die Steine hier. Wir wollen jetzt mal kurz... Warum will er das nicht? Warum willst du das nicht? Oh, warte, da war gerade was. Oh, warte, 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 warte. Oh. Okay, so will er. Naja, vielleicht packen wir das Holz doch woanders hin. Ne, hier lang bitte. Hier lang. Bitte spiel. Mach mir nicht jetzt schon wieder alles kaputt. Ich möchte hier einen vernünftigen Weg einfach nur haben. Das kann nicht zu viel verlangt sein, glaube ich. Eigentlich. Oh no. Was ist das denn für ein Mist hier? Soll ich jetzt da lang gehen, oder was? Das ergibt keinen Sinn. Ich will hier schräg. Hier lang. Einmal hier lang. Es wäre doch eine super gerade Linie geworden. Dann versuchen wir es jetzt nochmal anders. Das Spiel macht mich fix und fertig, sage ich euch. So. Geht's jetzt, ja? Okay, schön. Fix und fertig. Ich mache das Spiel. Weil ich grundsätzlich überfordert bin, glaube ich. Aber es liegt am Spiel nicht an mir, oder? Okay. So, das sieht schon ein bisschen besser auf jeden Fall aus, wie davor die Sachen. So, und dich würde ich jetzt gerne mal so lang haben. Geht das? Kriegen wir das hier hin? Es scheint mir so. Das ist ja ein Traum. Noch einer? Nee, ne? Nee, okay. So. Nee, du kannst dich da ruhig ransetzen. Genau. Okay, schön. Das wird, jetzt wird was. Brauchen wir nochmal kurz ein paar. Und den setzen wir genau wie den da so am besten in die Richtung. Nee, 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 nee. Ich würde gerne, genau das würde ich gerne haben. Mhm. Schön. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Okay, dann nehmen wir den. Oh mein Gott, was habe ich gerade abgebaut? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade abgebaut habe. Okay, so, jetzt setz dich mal. Okay, setz dich jetzt erstmal kurz hier ran. Gott, das ist hochkonzentrierte Arbeit hier, merkt ihr, ne? So, habe ich die Kante jetzt richtig getroffen? Ich hoffe. So, meins, meins, meins. Alles meins. So. Aber die verbinden sich nicht miteinander, ne? Nun gut spielen, nun gut. Das ist... Passt mir alles nicht so. Es passt mir einfach alles nicht so. So. Dreh dich mal, bitte. Aber wir sind hier noch am Ausprobieren, ne? Hier ist nichts perfekt. Spiel! Danke. So. Ich kann das hier, glaube ich, wieder abbauen, weil es gar keinen Sinn hat, dass ich das hier gerade hingesetzt habe, weil da muss man ja durchlaufen. Das ist alles anstrengend. So. Wir müssen gucken, wie es dann am Ende wirkt. Ob wir das so haben wollen oder nicht, müssen wir dann nochmal gucken. So. So. Oh man, die Steine werden hier auch immer leere, aber noch haben wir genug. Noch haben wir Gott sei Dank genug. So. Oh! Blondie! Erschreck mich bitte nicht, ja? So, hier lang dann. Hier lang. Das könnte schon... Wie findest du es, Blondie? So King? Ja. Sie sagt einfach gar nichts dazu, ne? Schweigen ist mehr wie tausend Worte. Oh ja, Blondie, das höre ich gern. Knall sie alle ab. Kannst du ein bisschen leiser sein, bitte? Ich bin hier hochkonzentriert gerade. Brauche meine Ruhe hier, ja? Blondie? So. 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 Okay. Hm, das passt mir hier noch nicht hier hinten, leider. Aber ob wir das besser hinkriegen, müssen wir noch was ausprobieren. Wenn. Aber der setzt halt hier das nicht an, ja? Müssen wir das hier komplett nochmal weghauen, oder was? Damit der das akzeptiert hier? Ja, eventuell. Oh, 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 okay. Gib mir einen Weiß. Gib mir einmal Weiß jetzt hier. Gib mir Weiß. Ich... Ich würde es gern hier hinsetzen, Spiel. Oh. Okay, perfekt. Danke, Spiel. Äh, ich hink fest. Hallo. Okay. So, ich glaube, wir müssen... Kannst du dir mal aus der Hand werfen? Ich glaube, das müssen wir mal kurz hier wegbauen. Oh Gott, das ist alles... Nein, du sollst... Ich zeig doch dahin, wo wir jetzt schon nehmen sollst. Du kannst ja nicht jetzt einfach abbauen, was du willst. So, verschieben wir mal kurz dahin. Das wird schon passen, oder? Ja, Blondie, kümmere dich doch einfach drum, anstatt es mir zu zeigen. Da wäre ich höchst zufrieden mit. Wirklich wahr. Jetzt hat er den richtigen, Blondie. Blondie, weh, ich werde die gleich erschlagen. Dann erschlag ich dich aber. Hier ist doch gar keiner. Entspann dich mal. Komm mal runter mit deiner Knarre. War ein Fehler, ihr eine zu geben, würde ich sagen. Oh, perfekt. Oh mein Gott, perfekt, Leute. Oh, jetzt wird sie aber ganz schön voll, kann es sein, ja. Aber wir sollten uns ein bisschen beeilen. Sonst gehen wir gleich drauf. Okay, der ist zu viel. Nein, 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 der war doch okay. So, hier wollen wir jetzt... Ach so, der sippt da sich dann ran, oder was? Das ist ja auch hässlich. Also, das Spiel macht manchmal komische Sachen. Ach, du willst dich gar nicht daran sippen. Könnt ihr mal bitte leiser sein? Ich muss mich hier konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach, habe ich gerade festgestellt. Der will hier nicht lang gehen, oder was? Ach, Spiel. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da haben wir es jetzt, ne? So. Blondie, ich kann gerade nicht. Das ist hier gerade wirklich schwierige Arbeit für mich. Merkst du doch. Könntest du dafür sorgen, dass die nicht so dicht bei uns rankommen, Blondie? Ja, das gönne ich dir jetzt. Aber auch da gucke ich live bei, zu, weil ich es gut finde. Fang mal. Oh, mit dir ist nicht gut Kirschen essen, wa? Wo haben wir den Bogen? Auf der 3. Guck mal hier, ich habe was für dich in deinem Kopf. Oh ne, Halsschlagader, ist auch okay. Oh, das war Volltreffer. Ich mag Volltreffer. Ja, ich habe Erbarmen vor dir, wenn du mich aber auch in Ruhe lässt. Ja. So, Fetty, äh, Blondie, kannst du mal? Sich um den Fetten kümmern? Okay. Kann ich hier jetzt in Ruhe weiterarbeiten? Das wäre hervorragend von euch. Ich danke. Hast du ihn gerade im Bauch geschossen? Oder in seinen... Nein. Naja, sie hat auf jeden Fall gut getroffen, denke ich mal. Ich würde hier gerne mal... Okay, okay, okay. Mach schon an, lass mich mal erst. Oh, Blondie, genau das will ich sehen. Gracias. Ne, natürlich passt der da jetzt nicht mehr hin. Ne, ne, warum auch? Ne, ne, das ist so unlogisch von diesem Spiel. Oh Gott, ist das unlogisch von diesem Spiel, ey. Hast du eine Tasche für mich? Keine Tasche? Du kommst im Müll. Die Fische brauchen auch was im Futtern. So. Nicht viel geschafft bis jetzt, aber ist nicht so wild, weil das ist hier voll kompliziert. Okay, das ist voll kompliziert, was ich hier gerade mache. Das ist, ähm... Dafür hätte ich ein Studium ablegen müssen, um das hier souverän hinzukriegen. Okay. Das wäre okay, wenn du den hier hinsetzt. Wäre aber dann auch okay, wenn du ihn noch nach rechts einsetzen würdest. Das machst du wieder nicht, ne? Genau, Spiel, genau. Das habe ich... Oh doch, mach's doch. Auf dem nur. Kriegst du das auch da vielleicht hin? Hier? Hier? Hier lang? Nein, hier lang, Spiel. 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 Ich weiß nicht, warum du leider angehen willst. Lass doch mal zu, dass ich hier lang noch eingehe. Ja, okay, weißt du, war's dann so hier. So. Spiel ist, äh... Mag uns nicht, würde ich sagen. So. Na, und jetzt wird es nicht... Nee, hier lang geht nicht? Okay. Dann setzen wir hier lang noch ein. Schön. Okay. Was ist hier los? Müssen wir nicht gießen? Anscheinend nicht, nee. Cool. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst, Blondie? Ist das dein Ernst? Du hast zugelassen, dass er mich angegriffen hat? Obwohl du meinen Blick kriegst, du stoppenst. Gott, ich krieg, ich krieg bald einen Nervenzusammenbruch wegen den beiden, glaube ich. Ich bin mir sicher, dass ich einen Nervenzusammenbruch wegen den Krieger. Ich hoffe, du kriegst so eine geknallt von dem. Da guck ich jetzt hier sogar zu bei. Hier, kommen wir alle her zu ihr. Ja, ja, genau, kommen wir alle her hier. Los, Blondie. Los. Nein, du rennst da... Du gehst jetzt da hin und kämpfst. Warum will der mich denn angreifen? Blondie. Kannst du mal bitte aufstehen? Ausruhen ist jetzt nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, äh... Wollen wir hier einfach eine Fahne hier... Werde ich gleich wieder geschlagen? Ja, ich werde gleich geschlagen. Oh no. Oh mein Gott, lass mich da rein. Oh mein Gott, abschließen. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Warum, Blondie? Warum? Okay, wir müssen jetzt erstmal uns entspannen und abwarten, dass, ähm... Unser Leben voll ist. So, ich hätte hier gerne noch ein Fenster. Ist mir gerade aufgefallen. So. So. Zwei reichen mehr. Na, guck mal, jetzt können wir hier schön unsere Blümchen sehen. Schön. Schön, schön, schön. Ähm, ja. Ist unser Leben wieder voll, das passt. Ist hier noch irgendjemand? Alles wieder ruhig hier draußen? Schön. Ähm, gut. Habe ich gerade gestört? Hast du den erledigt? Ach, weißt du was? Guck mal hier, ich habe was für dich. Oh mein Gott, warum brennt du mir... Oh mein Gott, falscher Knopf. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Blondie, hilf mir, Blondie, Blondie, Blondie. No. Bitte lass mich jetzt nicht gestorben sein. Okay, ich bitte mich. Okay, wir leben. Kein Problem, wir leben. Gut. Wo könnt ihr denn da? Ich glaube, da hinten ist unser Zuhause, aber ich bin mir gerade nicht so sicher. So, mal ganz unauffällig, ähm, ihr merkt gerade gar nichts, oder? Ich würde mal kurz meinen Rucksack ganz schnell nehmen. Oh mein Gott, ich bin gestorben, weil ich ihm entgegen gerannt bin. Habt ihr das gesehen? Anstatt wegzurennen und mich umzudrehen, ich renne ihn einfach in die Arme. Habt ihr hier coole Sachen? Ist hier irgendwas für mich? Brauchtest du das noch? Oh mein Gott, wo ist, ähm, die Karte in der Hand? Okay, ich hab mir schon gedacht, dass wir hier sind. Okay, mein guter Rennen. Äh, rennen wir jetzt aber ein bisschen schneller, bitte. Wir haben hier, äh, big problem. Oh mein Gott, die verfolgen uns. Oh no, oh no, oh no, wir sterben ja schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Und wir auf die Erste Hilfe ist alle. Ist die Erste Hilfe zufällig drin? Oh no, oh no, oh no. Okay. Na, dann renn mal, mein guter. Dann renn mal. Schneller. Okay, ich glaub, ähm, wir gehen abspeichern. Ist grad ganz schön was los hier bei uns. Ja, ja, ich weiß, du bist neben mir. Ignoriert mich einfach alle. Oh mein Gott. Das ist eine coole Aufnahme. Gefällt mir, dass du den so greifst. Ist echt cool. Oh mein Gott, jetzt reicht mir wirklich. Was war das denn? Was war das denn? Jetzt sind wir tot, richtig? Na, na klar. Ah, ich raste kurz jetzt mal nicht aus. Ich ignoriere das. Wir warten. Was haben wir geschafft in der Folge? Ach komm, egal. Ich brauch gar nicht abspeichern, weil wir sind grad gestorben, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Den Weg müssen wir, glaub ich, neu machen. Und das Fenster, das passt. Das passt. Okay, mein Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Klickt aufs nächste Video von mir. Auf Wiedersehen.